Aber... Wer ein Jockey, glaub ich. Ah! Nein! Ey, das ist ja schlimmer als... Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Ich bin fucking dead. Wo sind denn alle? Äh, okay. Wund ums Getümmel, ich hab keine Ahnung, was abgeht. Könnt mich mal einer wiederbeleben, ich bin völlig tot. Falls ihr es so nicht gemerkt habt. Dankeschön. Sehr schön. Das ist doch schon wieder eine viel bessere Atmosphäre hier, das gefällt mir doch. Dann reloadet mal. Das finde ich jetzt nicht nett, früher waren hier immer... Oh man. Vielleicht hier oben? Ja, hier oben. Oh, Gott sei Dank. Heimlich. Glauben, in der ersten Auge. Oh man. Es wird jetzt malsocial ist. Okay, nocherst. Ich hab' die Waffe. Ich hab' die Auge auf dem Haufen. Es wird jetzt einfachiert. Ich hab' die Waffe. Okay, ich bin bereit. Oh, nicht gut. Ich habe eine viel bessere Idee. Der Pipebomb! Oh, holy shit. Das Ding läuft echt lange, bevor es heiß läuft. Also es wird zwar rot, aber es ist auch nicht heiß. Das finde ich cool. Guckt mal lieber hinter euch, Leute. Also richtig gefährlich würde es erst mal, wenn der Tank kommt. Weil dann sind wir richtig gefickt. Dann dürfen wir echt nicht runterfallen. Das ist, glaube ich, das schwierigste hier an der Story. Also an dem End. Kampf. Level. Who cares? Hier liegen doch bestimmt irgendwie im Molotov-Concurs, oder? Nein, liegen sie nicht. Das war gewollt. Nein, war natürlich nicht. Aber ich kann ja so tun. Als ob. Nö. Nein. Ach, verdammt. Und das ein Tank. Oder? Ja, tatsächlich. Helft ihr mir mal? Leute? Leute? Ja, kein Ding. Ich hasse euch alle. Ich würde euch am liebsten alle opfern lassen. Ist mega. Ey, Leute. Ah, ich bin tot. Super. Wir müssen uns zusammenreißen. Deine verfickte Mutter, du Hurensohn. Ganz im Ernst. So eine Scheiße. Was für Kanalraten, ey. Molotov. Ist, glaube ich, viel wichtiger als alles andere. AK. Und ab geht die Luzi. Weg. Mir ist alles egal. Rennen, 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 schießen, rennen. Schießen, schießen, rennen, rennen, schießen, schießen, rennen, 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 rennen. Map, REPL. So. Ach du heiliger Okay Ja wir hören dich Ja komm sei ruhig, ich will einfach nur Los Was sind das? Darf ich den jetzt anmachen? Da kommen wir Gott ist die Rot Alter Schwede ist die Rot Und mich hat er angekotzt Jetzt geht's dir nicht mehr Super Rinderboomer Ach da Hab ihn gefunden Gehst du weg? Oh, mein Auge Oh, ich hab immer so im Auge So Oh Scheiß auf den Boomer Ich mach weiter hier Ganz keine Zombies gibt, ich hab auch nicht viel Leute ich hasse Ey Sag mal Luis, was ist mit dir los? Steht direkt hinter mir und macht nichts Oh Oh Schau doch nicht Ich werde mich angekotzt werden Und so Und so Und ich hab das gescheiße Und so Und so Und so Und so Mit dem schwer wird, weil ich glaube nachher kommt noch zwei Tanks Ne, gar nicht, war auch nur einer Nein Danke Luis, dass du mich dieser beschützt hast Kannst du nicht immer scheiße sein, ne? Oh Wo bleibt der Tank? Ich hab ihn gefunden Okay, Bitch, come on. Wo bist du? Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab grad keine Ahnung, was dickes Vieh ist. Brennt er? Wieso bretzt? Oh, er brennt, okay. Er ist runtergefallen, war für ein Idiot. So, nehmen wir hier nochmal so ein paar Pipebombs. Lock ihn hier her, lock ihn hier her. Nein, noch nicht hier her. Das läuft gut. Oh Gott, Jockey. So, und eine behalten wir für nachher. Denn ich glaub, der Weg von hier bis zu dem Hubschrauber da hinten wird das schwierigste von allen. Oh Gott. Oh Gott. ich komme ich nicht hin von der Scheiße das klang nach einem Charger oh Gott ich hau lieber mal vom Charger ab eben, warte mal hab's gehört der kommt bestimmt gleich hoch oder auch nicht ok aber ich höre einen Tank oh Jockey ok bevor ich nicht weiß wo der Tank ist schieße ich nicht Leute wo ist das dicke Ding? oh ich hab's gefunden ok ok das wird Ninja Time, Ninja Time er bleibt immer auf Abschauen bleiben der ist schon tot ok so ich bin da jetzt in der Pipebomb das dürfst du das nehmen und einiges einfacher machen komm ich einfach rein? alles klar ich bin drin du weh aber ich bin glücklich wir uns geschafft und so auch halleluja wir haben echt geschafft da könnt ihr mal sehen ich kaka auf normal schon so dermaßen ab also jetzt so Äh, Kampagne fertig Und ich sage bis zum nächsten Mal, ne Ciao